Ja, hallo, Geburtstagsgeld! Hallo, Oma! Lass dich mal drücken! Alles Gute, alles! Wie alt bist du denn geworden? Zwölf. Oh, wie groß! Wie super! Hier, bevor die Mama das sieht, steckst du dir ein. Danke! Hallo, Mutter! Bäh! Das Geld kannst du mir gleich geben. Die Mama bewahrt's auf, ne? Im Tresor. Für dich extra. Mama, du... Geld hab ich auch nie wieder gesehen. Geil, so viel Geld. Halt mich fest. Mich grault der Bär. Das schmeißt halt nicht Geburtstag. Steck's dir ein. Ich hab's doch gerochen. Das bewahr ich mein Lieber auf. Hier. Danke. Hier. Ich bewahr's auf. Oh. Reicht. Ich hab' ich mal so fett shoppen, ne? Ey, so geil. Mama, ist das für mich zum Geburtstag? Ganz sicher nicht. Das ist für die Mama. Das ist ein geiles Schmierkopf für die Mama von Louis Welten. So ist Portemonnaie aus Schmierkopf. Richtig geil, oder? Wo ist mein Geburtstag? Ist das mein Geburtstagsgeld? Nein, das spar ich doch für dich. Ey, bestimmt irgendwo. Das hab ich bei der Sparkasse, ja, drüber gedingst. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich.